hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von jurassic world evolution evolution genau wir haben in der letzten folge hier unseren dino begonnen zu auszubrüten jetzt können wir ja gar noch nach fossilien gucken dna extrahieren session dann können wir vielleicht bald den hier auch und das kann man verkaufen sehr schön können wir gleich die nächste grabung mit finanzieren bitte noch mal suchen 94.000 gewinn pro minute sehr schön so und er kann freigelassen werden hallo mein süßer ja so er bräuchte mehr grasland das heißt wir müssen da ein bisschen mehr wald weg machen sonst fühlt er sich da nicht wohl also wald weg abreißen will ich nicht wald weg er mag nicht so viel und wir wollen ja nicht dass er hier aus büxt noch zu wenig grasland ok so ist jetzt besser könnte noch besser sein machen wir noch ein bisschen mehr wald weg wir wollen ja dass unser schatz hier glücklich ist ne oh 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 mahlzeit ja tut mir leid für die ziege aber es ist deren schicksal so wir sparen gerade kräftig auf neue die expeditionsdudes sind zurück zu den fossilien würde ich gerne wollte es mich nicht hinlassen rhodium ok verkaufen war den können wir auch verkaufen von 20.000 für die zwei prozent macht keinen sinn ja und den hier extra hier immer noch mal den können wir noch verbessern so dabei könnt ihr hier noch mal wieder hin auf geht's die frage brauchen wir noch so einen dude was hat denn der für ein sozialverhalten soziale gruppe idealer bestand 0 bis 3 also der kann auch gut alleine aber ein zweiter wäre nicht verkehrt wobei wir können doch gleich erstmal das hotel machen er fühlt sich ja momentan pudelwohl sturmwarnung ok dann schicken wir sie mal da rein sicher ist sicher struktur beschädigt wurden wo es was kaputt was wir nicht kontrollieren können was wir bei diesen kreaturen akzeptieren müssen manche haben einen jagdtrieb ja ganz genau das irgendwo ist ein gebäude nicht in ordnung welches ist denn das das hier ok leutz ihr müsst kurz das ist in ordnung oder betriebsbereit ja beschädigt nein sooo ansonsten scheint das alles relativ gut vorüber zu gehen und ihr könnt wieder raus und wir haben genug geld für ein hotel halleluja hotel ich würde das ja gerne hier hinzimmern aber das passt glaube ich nicht definitiv nein ähm es wäre halt schön gewesen weil man dann so genau zwischen den gehegen gewesen wäre aber dann machen wir es vielleicht hier oben hin wenn das irgendwie geht terrain sagt nein aber wenn wir es ein bisschen drehen dann geht es sehr schön weg machen wir auch und strom kriegen wir auch noch in den griff dann machen wir dann machen wir den da hin machen wir den da hin so strom wäre auch da ungenutzter 17 ok ich weiß nicht ob das hotel da schon abgezogen ist wir haben wieder fossilien sehr schön ähm triceratops den machen wir noch 20.000 machen wir auch noch und für 100 verkaufen was sehr schön und dann kann man noch mal eine expedition starten dass die auch noch mal los können drei worte auftrag sie ja ok stromausfall 10 minuten lang verhindern würde ich gern wenn sich das spiel jetzt nicht aufgehängt hätte hallo tja keine reaktion in dem fall müssen wir kurz das spiel beenden ich bin gleich wieder da reagiert er jetzt wieder nein keinerlei reaktion ok so da wären wir wieder ich weiß jetzt gerade nicht wo er zuletzt gespeichert hat der dino ist da und die geborgenheit steigt gerade ok wir hatten das hotel haben wir noch nicht gebaut wir haben dafür das geld haben wir aber ja noch dann machen wir das äh hotel bauen wir das nochmal hier hin ich weiß nicht warum das jetzt so einfach mal abgestürzt ist vielleicht einfach weil es das kann machen wir einen extra breiten weg zum hotel hoch und dann brauchen wir noch so ein stromdingens hier so achso und den können wir schließen den können wir schließen dass unsere gäste auch wieder daran teilhaben können ja ich weiß nicht warum das jetzt einfach abgestürzt ist ach der kommt zurück zu den fossilien sehr schön den können wir noch den können wir auch noch den konnten wir noch verkaufen so und ihr geht hier bitte nochmal forschen so da haben wir noch genug 3 von 5 ok und da sind noch 8 von 10 passt hi 100% geborgenheit ist gut das wäre geschafft jawoll ein hotel für die gäste ich würde ihnen stark empfehlen diesen auftrag anzunehmen ok wir müssen also einem dinosaurier hier irgendwie was verfüttern wir gucken mal was passiert wenn wir hier so einen kleinen reinpacken ob das zählt weil die sind billig machen wir mal zwei rein ich weiß aber nicht ob das zählt oder ob er einen anderen Dino braucht den er wirklich richtig bekämpfen kann das war mal gerade eine ziege ja ist es natürlich eine unfaire geschichte ganz klar äh forschungen ansehen was haben wir denn hier noch achso der kostete 2 millionen das ding naja akku nach ladetempo können wir erhöhen oder eine weitere aufgabe zuweisen machen wir das mal so und wir könnten doch hier glaube ich eigentlich stromupgrades jetzt machen oder verbesserte leistung 2.0 machen wir das ausfallschild sollten wir auch nochmal erhöhen oh hier haben wir noch gar nichts äh ausfallschutz besser ist das wir können sie freilassen ja er hat jetzt bald ein kleines problem so schauen wir mal was unser der hier macht okay das zählt nicht als kampf sieg so wie das ausschaut ah ja er frisst ihn gut aber es zählt nicht als kampf sieg also er braucht tatsächlich jemanden mit dem er kämpfen kann okay gut dann wissen wir bescheid da brauchen wir noch ein ähm wir haben gibt so kleine stress maker da äh wie heißen sie denn das sind hier die äh die haben wir halt noch nicht ne die hier sind das glaube ich die haben aber noch nicht gefunden müssen wir mal forschen ja dann könnt ihr den mal abholen produkt wird eingesammelt so fossilien gibt's da haben wir ihn hier nochmal und ihn können wir auch noch schön da kann man da bald über die 20 über die 50 prozent ja da müssen wir mal gucken hier gab es doch noch irgendwo einen fleischfresser ne ceratosaurus ist aber der den wir schon haben oder haben wir hier noch irgendwo andere ceratosaurus veluziraptor die erforschen war die waren das glaube ich ja auch den hat er jetzt platt gemacht können wir den auch entfernen das zählt also nicht schade wäre zu einfach gewesen neues lebensfähiges genom sehr schön den können wir mal züchten ausbrüten den da genau und was man gerade einführt wir können ja mal ein foto von unserem mini t-rex da machen dem zy ko dingstersaurus so gibt ein bisschen kohle wo einfach mal vors falsche gefahren kann man machen so haben wir das auch erledigt und dann können wir noch weiter forschen ne da da haben wir jetzt gerade ein bisschen geld gebäude achso das war das ding ja da haben wir so viel geld haben wir dann doch noch nicht machen wir das noch und gehen zu den fossilien so meloceraptor die extrahieren wir und dann schicken wir die leutchen gerade noch mal dahin in die luft so oder haben wir auch noch einen ok den können wir nachher auch noch erforschen ist da das ding schon durch tatsächlich ok ich dachte das hätten wir hm oder auch nicht er fühlt sich wohl das ist gut das ist wichtig ich glaube er hat es auf die ziege abgesehen unauffällig anschleichen und habs ja weg ist er sehr schön dino freilassen haben wir wieder neun muss ich mal gucken was der für ob der noch einen kollegen braucht was der für sozialleben und so hat bestand bestand was braucht denn der ideal soziale gruppe idealer bestanden 0 bis 8 brauchen wir dann noch einen von oder ist ihm die gruppe einfach zu groß das kann natürlich auch sein das kann natürlich auch sein dass ihm die gruppe zu groß ist ne gehen wir grad mal zu den fossilien können wir noch extrahieren hier auch das verkaufen wir und dann forschen wir gerade nochmal weil wir brauchen ja mindestens die 50 prozent wir machen nochmal einen so ein dude 91 kann sein dass man die gruppe zu groß ist dann müssten wir ihn vielleicht hier rüber tun dann hat er was zu kämpfen ich weiß nicht wer von den beiden das dann überlebt weil er ist zwar pflanzenfresser aber er ist auch nicht ohne du willst hier nicht raus oder ne ok 2 von 10 oder müssen wir bald auffüllen auch 2 von 10 nicht dass hier unsere dinos hungrig werden ok so ja und wie ich sehe ist die folge auch schon wieder um deswegen sage ich mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe sie hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste mal wieder mit dabei wenn wir hier unsere dinos weiter ja versuchen bei laune zu halten in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal